Okay, sagt mir mal, wie würdet ihr damit umgehen, okay? Ihr habt eine Freundin und die hat sich richtig mit jemandem gebeefet. Und ihr wart irgendwie mit in dem Beef mit dabei. Und ihr habt beide entschieden danach, Snake, ihr habt nichts mehr mit der Person zu tun. Blob, du und diese Freundin, ihr seid nicht mehr befreundet. Es ist nicht so was Schlimmes passiert, aber ihr seid nicht mehr befreundet. Und ihr seht kurze Zeit später, dass die Freundin mit dir, mit der ihr eigentlich gut hattet, mit der ihr Beef mit irgendeiner anderen hattet, die jetzt mit dieser anderen, die was tausende Schlimmer gemacht hat, wie ihr jetzt wieder chillt und jetzt einen auf Bestie macht. Was machen wir dann? Machen wir uns mal wieder drüber lustig? Machen wir eine Variante. Oder was, äh, schreiben wir da so, Digga, hängst du? Oder schreiben wir da, Digga, äh, wieso chillst du wieder mit der, nachdem die 10.000 schlimmere Dinge gemacht hat? Als ich? Was machen wir da? Was machen wir da? Oder Variante 3, die ist in meinem Kopf auch geploppt. Wir sind uns sicher, wir haben jetzt das wahre Gesicht gesehen und schließen mir der Scheiß ab.